Blablabla auf auf dem Baufen auf dem Haufen auf dem Haufen Geld auch Pilsen noch mit ich habe versteckt okay das kommt dahin das da das tun das brauche ich nicht das kommt n wie soll ich was ach so egal i ii so jau das kann ich noch gebrauchen okay noch nicht im bauch juckt ja so passt das schon heute wird das spiel eingeladen wo geht sie zu achten aber wo sind die hunde wo sind meine hunde da 1 1 wo ist der andere und ich will doch wie ich es teile mit dem machen und wo bist du will der springt jetzt rein ich hätte ihn ausgelacht herr und ergeben nach oben ich kann es nicht folgen wenn er jetzt hier runter fällt Junge be careful da 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 wenn du mich jetzt unterschmeißt dann töt' ich dich weil dann bist du gestorben und dann bin ich glücklich ja nein nein der lebt noch aber ich gleich aber nicht mehr er braucht was zu essen er liebt mich oh wie süß tschüss ich brauche selber was zu essen sei vorsichtig ich kann einfach vorrennen weil der teleportiert sich dann eh und dann tschüss er liebt mich oh eine Person liebt mich hier das ist ein Hund nein Spaß ich hab ne Freundin ja ja boah hm 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 genau schwebt er da erstmal schon halb in der luft bin ich schon wieder durch das gleiche loch gefallen wie gerade wie beim ersten tod von drei ne zwei waren das glaube ich nur bis jetzt kommen noch welche dazu glaubt mir warte noch nicht warte noch nicht stay there please uuuuuh hm njunge n n jetzt komm hoch n 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 holz r ich weiß auch noch nicht ob ich so richtigeres Haus machte oder einfach Riesenplattform ich hab schon ich hab schon die Idee ich hab schon ja, 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 ich hab da schon ne geile Idee ähm, ihr könnt trotzdem schon mal Vorschläge machen, was ihr denn so sick fändet also sick heißt krank, also geil und so was ihr eigentlich so gut fändet, was ich hier oben brauchen könnte oder ob ich hier oben einfach gar nichts bauen soll mein Nase ist zu bis gleich ich bin wieder da I'm back, yeah, yeah lalala schalala yeah oh, ich bin zurück die imba ist wieder da yeah okay, ja, ich glaub das reicht okay, wie soll ich das jetzt machen gute Frage nächste Frage ich hab keine Ahnung Leute echt, null was ich jetzt erstmal mache ist ein paar trappen also stufen also stufen so so so, dass das ein bisschen sicherer ist wenigstens ein bisschen okay hmm, wow lalala 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 das erinnert mich an das alte Minecraft-Käser hier in der Hölle ach, das habt ihr noch gar nicht gesehen weil wir 50 Part im Voraus hatten oh es wird apropos ein ein ah, ein gutes Thema apropos wird ein ein neues Minecraft-Together starten äh, ich oh ich muss erst einen neuen Server holen das werde ich aber die nächsten Tage machen das heißt vielleicht schon am vielleicht, ah das könnten wir ja, also wer schon das Zugriff am Voraus sehen möchte ohne auf YouTube guckt am 10.3. im Livestream vorbei da werden wir das denke ich mal anfangen und da könnt ihr dabei sein wenn ihr wollt wenn ich dann guckt ist es auf YouTube oder gar nicht ich hoffe mal Livestream und YouTube mit Abo mit Comment nein so bin ich nicht ich mach Let's Place nur just for fun yeah ja ja genau genau hab ich noch heute ja, ich hab noch heute oh, oh sieht es von außen richtig scheiß aus, aber egal ah fackeln 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 ja, so passt das schon einigermaßen ich glaube, ich würde ein quadratisches Haus hier machen ne, ich weiß noch nicht oh, ah, ich hab ne Idee ich hab ne Idee ne, es geht hier nicht scheiße ich wollte ein ich muss kann man nur auslachen ah, aber dann scheiß und äh egal voll na, ach, das Lava antwortet da mach ich ihm was da mach ich ihm was ja genau die die Prozent oder das kann rein das kann das ist das ist Nürnberg kann eigentlich alles ich habe noch nicht ist das war sehr schlug das kann alles da rein weil es geht auf Jahr ich brauche nur das und das ich gehe jetzt auf hühnerjagd nein eigentlich ich will ein lava ein lava einmal ja genau ein einmal lava holen von da hinten und dafür muss ich hier runter und ich bricht mit ihr wieder alles und deswegen bräuchte ich sagen sollen tschüss ich bin tot heute nicht noch mal ich kann auch nicht mehr laufen ja egal ich brauche euch nicht ich brauche nicht lalala wo war das ich möchte die laber nach ja ich kann immer noch nicht laufen hallo hallo was kannst du denn heute unsere drei naja da stehe ich drauf ich habe mich schneller holen hier auch nicht die weg 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 juli juli ich bin ich eben schnell zum dschungel und dann werde ich die aufnahme ist mal beendet meine stimme kackt heute ein bisschen heiser ich weiß nicht ob ich das schon gemerkt habe aber spätestens jetzt wisst ihr es hallo zombie hallo na schön warm die weg die weg die weg wo mit der hand mit der oder hat süßig sie mal kann ich auch wo das war ja hat ja so paar geklappt hier mit meinen süßig die 360 also nicht das ist aber nicht das ist ich komme gerade vor als ob ich neu gespawnt hier so neue welt was recht immer noch apropos neue welt die könnte man abstimmen oder kommentarschreiben ob ich vielleicht eine neue welt anfangen soll ja ich weiß nicht ob ich das mache nicht ich finde es noch mal ein ganz neues Play anfang von vorne ohne irgendwelche Fähigkeiten einfach ein perfektes Let's Play schreibt in die Kommentare irgendwie bin ich dafür aber wenn ihr jetzt wirklich sagt nee mach das hier weiter weil ich jetzt hier auch stammt hab und so ich selber wenn ich das jetzt entscheiden würde ich würde ich glaube ich würde neues anfangen entscheidet ihr es ihr müsst es entscheiden nur früher oder später fange ich eh nochmal neues an ich weiß nicht wann kann auch vielleicht mach ich das gleich auch schon aber nee das sehr gut schreibt mal bitte in die Kommentare ob ich das machen soll oder nicht und ja oder dass ich das irgendwie ja so so dass ich so tausend meter weiter weg gehe und dann ohne item also noch auf der gleichen welt bin und dann da halt noch mal so gut wie neu anfangen in dem neuen biomem wo alt gar nichts vom alten biomem schon ist also wo ich noch nie war ja und dann da sozusagen neu anfangen und wenn ihr sagt dass das scheiße ist dass ich dann wieder auf zurückgehen kann als die welt mit uns hier lasse ich dann und dann fange ich da fange ich dann nochmal neu an aber auf der gleichen Map so diese schon wie ich meinen eben versteht es ich glaube ich habe es wirklich ich will zu meinen alten Seiten Zeit alt ein Teil der Zeit im Zeichen ich bin morgen ein Teil der Zeit Prozent Prozent Nürnberg 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 das war was besser ja nicht erst jetzt Spiele sind jetzt habt ihr sowieso das den Part abgebrochen Hallo Spinnen Ich bin schon wieder fast runtergefallen Oh, da sind meine Sachen Oh, EP Oh, mein Schwert Mein Schwert 2,30 Ich will das Fleisch haben Ja No, Parkierung Hehehe Hehehe Eiskalt Was, der legt noch Du sollst dich nicht weiter ver- ach egal Wie komm ich da hoch? Ich muss da jetzt irgendwie hoch Ich will dich auch Scheiße Ich will dich Jetzt mal ehrlich Hm Hm Ich komme echt nicht mehr hoch Das wäre doch gelacht schon gar nicht durchfragen es reicht aber noch nicht so schon besser ja wo sind denn meine anderen sachen ist doch noch nicht alles items hallo ach ich hatte doch gar nichts mit ich war doch aber ich dachte schon ich war doch hier wollte doch so so hier so so lag nur lave einmal holen ja dann ist ja alles gut gehe ich jetzt hier hoch hier kann man auch schneller hier ne so dann jetzt hier lang hm ein bisschen leck aber egal ein hund n das da war hin wisst ihr was ich mache jetzt einfach mal so nein Moment hm 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 wo wo und st so leid und damit verabschiede ich mich jetzt mit dem wunderschönen blick der eigentlich gar nicht wunderschön ist wo ist denn am besten hm denk mal so bis zum nächsten part ach ja und stimmt ab hier mit neuer welt und seit dabei am zehnten dritten 2012 im live stream bis dann leute haut da rein ein er sch noch eine